Mein Name ist Michael Konrad, ich bin 25 Jahre alt und bin gebürtiger Karlsdorfer. Ich bin hauptberuflich als Konstrukteur in der Automobilindustrie tätig sowie nebenberuflicher Biolandwirt. Diese Tätigkeit in der freien Natur ist zugleich mein Hobby und Ausgleich. Mir sind mein Heimatort sowie die Karlsdorfer Bevölkerung ein großes Anliegen. Schon seit Jahren engagiere ich mich in Vereinen und Jugendorganisationen. Mit Menschen und für Menschen zu arbeiten ist mir ein Herzensanliegen. Ganz besonders wichtig ist mir die Erhaltung eines gesunden Lebensraumes, eine optimale Betreuung und Ausbildung unserer Kinder sowie die Verbesserung der Verkehrsproblematik. Eine wichtige Basis für den wirtschaftlichen Erfolg ist der Erhalt der Karlsdorfer Betriebe und deren Arbeitsplätze. Karlsdorff soll auch in Zukunft für alle Generationen lebenswert und liebenswert bleiben. Ich möchte dabei auf bewährte Sätzen, aber auch neue Ideen verwirklichen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir als Karlsdorfer Volkspartei anpacken wollen. Dafür werde ich die Karlsdorfer Volkspartei als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl 2020 führen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich in Karlsdorff etwas bewegen. Mein Herz für Karlsdorff.